So Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen. Let's go, dann schauen wir mal, ob überhaupt nur irgendwer überlebt hat. Oder ob, naja, die Hüfte wird sich für einen immer stehen. Durch die Trümmer kommen wir nicht durch. Was sollen wir tun? Wir nehmen den Tunnel auf dem Spielplatz. Ah, gute Idee. Ja, das wäre super, wenn ich jetzt da durchgekommen hätte, dass ich die scheiß Drecksmedaillen noch was geben könnte. Echt praktisch sein, verbindete vom alten Feuerklass. Sorry, das Misser rausgerutscht. Das wäre schon eine Bombe, oder? Wenn ich das da noch aktivieren könnte, dann schnell. Boah, das wäre es. Das wäre jetzt schon ein Hit. Kann ich durch? Bitte sagt, dass ich durch kann. Oh, nein. Das... Schau, jetzt zeigt mir sogar aus. Oh, das tut weh. Oh, nein. Ich würde so lachen, wenn ich die ganze Zeit den Falschen weggenommen hätte. Ja, wirklich. Ja, ist leider zu. Ich würde gerne durch, weißt du, und hätte die ganzen Sachen rausgegeben. Aber na gut. Wir müssen eh wieder zurück. Aber wieder ganz normal zurück, so um... Wo wir heute kommen uns an. Der Sektor wurde für Stabwohner erklärt. Nur Rettungsteisten ist der Zutritt gestattet. Alle Bewohner der Sektoren 6 und 8 werden gebeten, bis auf weiteres in ihren Häusern zu bleiben. So, das ist es. Oh, nein. Das wäre alles. Das wäre es. Ich hätte sogar ein Tauch gehabt, dass man da vielleicht irgendein Bödel sieht oder sonst irgendetwas. Weißt, wie das eine Mal. Wie das eine Mal, wie wir da herumgegangen sind, dann haben wir plötzlich auch so ein Bödel gehabt. Hätte man da auch gehabt, naja, vielleicht ist es das jenis, dass man da vielleicht auch noch Da drüben, hallo. Wenn du schon den nimmst. Ja okay, wir müssen sogar den weg nehmen. Ja, ist ekel. Da sind die ganzen Viecher und alles drum und dran. Aber... Oh... Oh... Ja... Wieder durch den Tunnel. Ach, scheiße. Ich würde es so feiern, wenn wir plötzlich wieder auf die fetten... wirklich auf die fetten Volltrottel da treffen. Wieder auf diese Bande. Das wäre lustig, oder? Das wäre genial. Aber ja, jetzt zwingen wir uns das wirklich wieder, dass wir da wieder durchgehen müssen. Aber dafür ist es ja wenigstens praktisch, wenn wir es früher auf Zeit geschehen. Was? Da kann ich... Weiß mit dir jetzt so... Das ein oder andere ist... Wie geht das hier? Weiß man sie mal an. Das jetzt sagst... Das muss ich noch endern, oder da muss ich noch irgendwas machen. Na normalerweise ist eh alles... Alles fährt. Kann man eigentlich... Es ist noch nicht normalerweise durch Spazier... Und welche Fähigkeiten gibt es ja sowieso, naja, etc. Das ist aber nur wieder so ein kleines Schwertchen, wo man wieder ein bissl trainieren. Beziehungsweise ein bissl aufleveln können. Aber ich glaub da wird nicht viel passieren. Oh. Versuchen wir es da. Ziemlich gefährlich. Aber nichts, womit wir nicht fertig werden. Oh. Haben wir es doch geändert. Na schau. Na schau haben sie es doch geändert. Haben wir schon doch geändert. Jetzt wirklich den ganzen Fake das Gleiche. Na da haben sie sich doch geändert. Nein. So... So lassen wir das nicht stehen. Na das ist gut. Na das ist super. Das gefällt mir. Dass wir wenig Sinn was anderes sehen. Weil wenn man da jetzt wirklich das ja alles... Gehen wir einfach noch durch und schüssen wir die Balle. Aber nein. Immerhin. Immerhin. Gefällt mir. Dass sie gesagt haben. Ah. Da tue ich lieber da weg von. Haben wir da jetzt ein bisschen unsicher. Schwertsturm. Die... Nice. Gehen noch mal. Gehen noch mal. Oh. Perfekt. Wir sollten öfters ausprobieren die Analyse. Warte kurz. Ah. Der hat schon wieder gesungen sein Nanana. Ah. Sicht man gar nicht gell. Hm. Ich glaube Barrett hat's gell. Kann das sein Barrett glaube ich. Jetzt wir den halt einfach... Ein bisschen öfters nutzen. Hin und wieder auch in irgendein Eckerl. Mhm. Hab schon gewusst. Hab schon gewusst. Ich hab schon gewusst irgendein Switch schon wieder sein. Wie war vielleicht noch irgendein Ton. Was... Ah. Kann ich ja wieder nicht anschauen. Der Blödsinn. Hm. Schöner Schocker. So. Analyse. Schauen wir sich das gleich mal an hier. Haben wir das gleich mal bereit gemacht. Ist das das? Wirksam. Oh. Du hast ja wissen. Du hast ja wissen. Mal. 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 Aber ja, müssen wir in dem Fall wirklich ausnutzen, wenn wir irgendwelche neue Gegner finden. Unbedingt. Das linke Wegel hat viel länger gewirkt als das jetzt. Was ist denn da los? Na, die haben wir nicht. Die haben wir nicht. So, zeigen wir mal hier, Analyse. Perfekt. Versuchen wir gleich den nächsten. Ah, okay, dann haben wir den da. Gut zu wissen. Passt. So, können wir noch einmal Analyse. Perfekt. Und da haben wir gleich wieder Snacks. Auf der Flucht, ne, fix, ne. Safe, ne, safe. Wollen wir gleich ein anderer Mal hier, he? Wart, 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 wart. Wollen wir da gleich mal eine Magie, he? Eis, wie wär's? Ah, okay, ja, genau so mit... Ja. Ich hab mir gedacht, dass er die schwächere Version von Eis da herkommt. Was ist denn da? Ohhhh, schockt, schau dir das an, schau dir das an. Perfekt. Ja, muss man ausbenutzen. Muss man wirklich ausnutzen. Hä? Dürfen wir da weiter gehen? Na, denke ich mal. Oh, doch. Okay. Wir bleiben einfach mal im Kampf. Okay. Ich lege los. Zieh dich zurück. Mhm. Okay. Boah. Uff. Von mir aus mir ist wurscht. Ja, da waren wir am besten mal auf der Flucht, he? Komisch. Wie komisch jetzt auch. Aber noch gut. Ich würd so feiern, wenn ich endlich mal eine neue Waffen von RMC auch. Alles geben! Das kann ich gut! So, mach mal gleich mal. Ja, schnell an der Wilder definitiv. Und Analyse. Hm. Blitz. Na, schau dir das an. Mach mal gleich an den Echsten. Ach, da ist jemand schon konfällig. Hihi. Da geht noch was. Perfekt. Perfekt. Next. Also, hoppala. Ah, doch. Doch haben wir hier auch geahm. Die neue Energiebeam. Da haben wir zu lang vor. So haben wir zu lang vor. Oh, ähm. Okay. Wieso. Zu kei? Eieiei, ja, dann tu mal tiefer, hm? Na, wer hat'n das? Na, er hat's Glück. Sie hat das neideste Gruppen. Oh ja, sie hat das mit der Gruppen, glaub' ich. Ja, ist ja wurscht. Oh ja, doch, sie war's eh, sie war's eh. Hm, hm, okay, sie hat ja wieder kein Funkel. Eieieiei, ja, ja, für die Heilung und so, das Ganze. Ja, komm, haben wir schon gut gebrauchen. Ja, doch, haben wir schon gut gebrauchen. Was? Was nehmen wir denn da? Was haben wir denn da noch mal? Binlicht, magisch, beschleunigt. Ja, das ist mit der Beschleunigung. Sehr hilfreich. Na, schade, dass ich das wieder nicht einsetzen konnte. Hm, der Ball wird bei ihm. Na wort, na wort, dann machen wir gleich mal die Magie, wenn wir's schon einsetzen können. Okay, passt. Soll er machen. Soll er machen. Soll er machen. Soll er machen. Boah! Und da haben wir wohl eine Heilung auch noch. Und schaffen wir's auch noch. Ideal, oder. Ideal beides, beides ist ideal. Nicht schlecht, ich gehe nicht schlecht, alter. Komplette Heilung und gleich mal wieder zu Ende. Bombe. Ah, wir kommen da jetzt ja nicht dann wieder zu, links. Nein, da kommen wir, da kommen wir wieder zum Spielplatz. Normalerweise zum Spielplatz kommen wir da wieder. das sind wir doch gott reden ja so ist schon doch kommt jetzt kommen wir wieder zu in der banke plattenschutz reich haben wir sich einmal ja so aber materie tauschen was unbedingt sonder der über fahne in ihrer interessant dass man desto steigern kann mit denen was ist ja wieso nicht wenn dann haben wir eh noch eher mauner dazu also ist nicht so tragisch wo ist in der Hölle genau genau die sind schneller gefickt als ich ich mach wie Hase aber die sind komplett los Servus lustig ist damals waren wir nur zu zweit unterwegs damals waren wir nur zu zweit unterwegs und jetzt machen wir Fickerei alle der die 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 mal tiefer, mal stärker, halten wir gerne mal sehr gut, gerne noch mal stärker. Brauch mir Tränen, das ist ja wurscht. Und Mut angriffen und tschüss. Ah, schön abgewechselt. Level 24? Jetzt hole ich mir das und dann schaue ich ins Menü, ob wir da schon irgendein Upgrade machen können. Am Anfang hat man relativ schnell gelabelt, aber jetzt merkt man schon, dass es ein bisschen dauert, dass es auch vielleicht so ein bisschen drauf aufgelegt ist, dass du halt wirklich dann halt die Schwere Runde, also die Story dann auf Schwer durchspielst. Ja, das wird jetzt interessant. Ja, physische Attacke, weißt du, das ist immer so bei mir. Standard. Das nehme ich standardmäßig. Ja. Okay, 40. Na, immerhin, mach das schon wenigstens auf 40. Das ist bei dem, aber 40. Ich glaube schon 4. Obwohl Magie sehr, sehr verlangt wird von mir auch. Allein schon für die Nebencharaktere. Wird schon viel von der Magie verlangt. Aber da, wenn ich schon sehe, wieder Schaden. Und Feuerstoß, physische Abwehr, die P-Maximum. Schon nicht schlecht. Aber da jetzt wieder 12, ja, dazu, ja. Zeig mal den Unterschied her. Nein, der Preis. Ja, aber dafür ist halt noch immer das... Ist noch ein bisschen zu wenig. Ist noch für mich ein bisschen zu wenig. Dass ich noch sage, eh, da muss ich jetzt unbedingt das tauschen. Na, servus. Oh, ein ganzer Großer, sind wir jetzt schon von Batman, oder was? Ach du Scheiße, schon wieder paralysiert, oida. Ah, aber schön, dass wir ihn wieder eingeführt haben. Schön, dass wir ihn eingeführt haben. Ja, endlich. Oh, und schon wieder paralysiert, gell. Super. Oh, die, ich mache Feuerstoß, oida. Ah ja, voll. Analyse. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Ah, Feuer. Oh, immerhin, immerhin. Wah, sche, 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 sche. Warte, dann machen wir gleich mal mit dem Schwert. Nein, bei ihm muss ich noch, bei ihm muss ich da noch. Wiss ich. Darum tun. So. Machen wir gleich die nächste Analyse. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich brauche jetzt eine Nuppe. Ihren habe ich schon, glaube ich. Ihren habe ich schon. Ja, bei beiden habe ich schon. Okay, passt. Ja, dann ist das jetzt schon wieder nimmer. Ich spüre jetzt. Ich spüre jetzt. Okay, mein Name. Was ist, was ich weiß, was du nicht machst? Ich muss noch mal sagen, was ist vor der Zeit? Oh ja. Oh, man hat mir jetzt auch noch... Wie. Ich spüre jetzt. Wie. 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 Trotzdem, Alter, wenn's das jedes Mal noch höher pushen könntest. Oh, die Step-A-Di wäre dann der heftigste Motherfucker des Todes. Jedes Mal die Angriffe noch mehr verstärken und noch mehr und noch mehr. Uschallah, das wär's. Das wär's. Das wäre aber ein bisschen unfair. Da müsste man das halt bei hier dann halt natürlich ein bisschen bremsen, so, dass man sagt, ah ok, man muss halt dann wieder warten und dann geht's halt wieder weiter hoch, ey. Fairfax, Schwer-Turz! Ah, ok. Was schon ganz fähig. Schade. Nicht schade. Ah, wieso nicht? Ah, jetzt bin ich eh schon hier. Ah, spreng! Uff! Mach! 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 Ich beahe! Ich beahe! Ich beahe! Ah, schau! Jetzt ist er eh gleich hier. Oh, tschüss! Das war nicht gerade die Glanzleistung! Eeeh! Naaah! Was soll ich tun? Für allen, bitte, hm? Ach, geht doch nicht. Hm. Wieso hab ich mir dann einbild, dass das dann da geht? Ja, aber es ist im Endeffekt... Ich beahe! Ich beahe! Ja, beahe! Haha! Jetzt sind wir das auch gleich hier! Jeder hat das selber gehalten! Jeder ist voll eigensinnig! Scheiß auf! Hm? Da gibt's immer nix nice. Tiefer! Immer ein Blick wert, weißt? Dass du vielleicht irgendwas Neues wieder dabei sein könntest. Na, ich bin gespannt. Was sie entdecken werden. Ah! Oh! Haben wir schon da auch gehabt, das sind irgendwelche Gegner! Ich wollte schon draufhauen! Haben wir schon wirklich Freude gehabt! Tja, kämpfen! Was ist denn so? Was man quasi auch so ein bissel, so ein Vor und Nachher Vergleich hat. Ne, ich bin gespannt. Ob wir auf irgendwen treffen. Ah, was ist das? Ah, das ist der Hapschi wegen der Missionen, gell? Nein, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir irgendwen treffen. Ah, da haben wir gleich alles. Bombe! Hoffentlich ist dir nichts passiert. Der geht es gut. Ganz bestimmt. Ah, das ist sogar das Madl. Ui! Ui! Ja, immerhin. Schön, dass sie es auch eingeführt haben. Sorry, aber muss er. Ich kauf einmal. Du bist besser gut vorbereitet. Haha, geil. Ja, safe. Ja, da hat er recht. Da hat er definitiv recht. Trotzdem, ich hoffe, dass ich dir irgendwo eine neue Waffe kaufen kann. Zeig her, bitte. Unterwegs nur, was ich interessieren. Ja, möchtest du noch etwas holen? Verstehe. Viel habe ich nicht im Angebot. Aber sie dich um. Na, zeige mal hier die... Ui! Ui! Ah, fünfervierzig? Ui! Schade. Aber dafür haben wir jetzt was Neiges. Für eher... Aber, ja, ja, gefällt dich trotzdem. Vielleicht wird das nicht unsere neue Waffe. Weil 45... Ist schon auch eine schöne Hausnummer. Ist schon eine schöne Hausnummer. Und der hat schon eine schöne Basis an Magie auch noch. Zusätzlicher Slot. Fällt mir schon mal sehr gut. Schaut jetzt aus bei 12, ja. Bei Rundtp, bei Schaden. Ok. Ja. Also der geht dann voll auf Tank mäßig. Also voll auf die Heilung bis der Eppert. Ist voll stark auf Heilung. Magische Attacken? Sag... Oh, schee. Nur schade, dass es auf 12 ist. Aber ich würde mal sagen... Hm. 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 Jetzt ist nur die Frage. Tauschen wir es aus oder nicht? 53. 40. Mhm. 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 Da muss ich extra so gehen. Ja. Haha. Ja. 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 Ein bisschen. Ein paar Einbüsungen hat er gemacht gehabt. Füß. Achso. Achso. Das ist dann 53. Achso, für die normalen Attacken hermäßig. Ja, das stört mich nicht. Gerade bei den normalen Attacken, da kann man schon viel dann raus holen. Na, ich bin gespannt. Wieder ab in die Kanalisation. Yay. So ein Scheiß, alter Dreckskanalisation. Wurscht. Kämpfen halt nochmal gegen die Ninja-Dörtels. Leviathan. Ja, irgendein Espaar ist ja sowieso der heftigste Motherfucker des Todes. Darüber habe ich schon gelesen. Ich glaube, das ist... Nein, Leviathan ist nicht der heftigste. Nein. Ohja. Doch, 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 doch. Glaube ich schon. Ohja. Da hat sich irgendwas mit Wo ist das? Ja, ich bin. Ich bin.